Wir lesen die Kommentare unter den YouTube-Videos und nicht nur das, wir nehmen natürlich auch Anregungen gerne auf. Und nach dem letzten Gespräch mit Professor Ferdinand Dudenhöfer vom Center for Automotive Research kam der Wunsch doch noch über einige andere Autowelte zu sprechen. Das werden wir heute tun, aber zuallererst über ein Unternehmen, das gerade Zahlen vorgelegt hat, jetzt in diesem Interview. Hallo Herr Professor Dudenhöfer. Schönen guten Tag, grüß Gott, hallo. Bevor wir über die Werte sprechen, die gewünscht wurden von unseren Zuschauern. Tesla hat gerade Zahlen vorgelegt und die Zahlen sind gar nicht so schlecht ausgefallen, aber so richtig zufrieden. Sind Sie damit? Also die Zahlen sind eigentlich ganz gut übers Jahr. Man hat 16% operative Marge bei 1,3 Millionen Fahrzeuge, die verkauft worden sind. Also man ist im Prinzip dort, wo Porsche ist, mit dem doppelten Umsatz von Porsche. Das ist ein gutes Zeichen, aber im vierten Quartal sind die Daten ein bisschen schlechter geworden, weil Tesla in den Preiskampf eingestiegen ist. In Europa, in Deutschland, aber erst recht in China und auch in den USA. Von daher glauben wir, dass in den nächsten Monaten dieser Preiskampf anhalten wird. Tesla wird die anderen versuchen, aus dem Markt herauszudrücken. Auch deshalb, weil Tesla mit 2 Millionen Fahrzeuge plant. Also 700.000 mehr als im letzten Jahr und das geht nach unserer Einschätzung nur dann, wenn man mit harten Konditionen, wenn man einen Dumpingpreis macht im Elektromobilitätsbereich, um dann seine Volumen im Markt zu platzieren. Das wird spannend bleiben mit Tesla. Also es wird ja nie lagweilig um diesen Wert und dieses Unternehmen. Doch jetzt wollen wir auf die Werte schauen, die von unseren Zuschauern gewünscht wurden. Nun als allererstes nehmen wir uns mal Stellantis vor. Stellantis ist ja mittlerweile ein gemischt Warenkonzern, sondergleichen. Was heißt, gemischt sind dann nur die Automarken. Dazu gehören Chrysler, Citroën, Fiat, Lancia, Maserati, Peugeot und schließlich natürlich auch Rupp. Wie ist denn Ihrer Ansicht nach Stellantis derzeit aufgestellt? Also Stellantis hat eines, was im Autobereich sehr, sehr wichtig ist. Die Größenvorteile, die Scales. Dadurch, dass man viel zusammengeschlossen hat und jetzt auf gemeinsame Plattformen baut, hat man wirklich Kostenstrukturen, die deutlich besser sind als viele andere. Von daher hat man gesehen, dass in den letzten Quartalen und Jahren schon zum Beispiel Opel wieder richtig gut geworden ist. Genauso bei Peugeot, Citroën, genauso bei Fiat. Und wir glauben, dass Tavares, der sehr streng auf Kostendisziplin achtet, jetzt mit diesem System weitergeht und damit Stellantis in einem schwierigen Umfeld eher bei den Siegern sein wird. Und hinzu kommt mal, das muss man ja vielleicht auch erwähnen, dass gerade in diesem Mini-Segment, also Fiat 500, Gruppe Corsa, da ist Stellantis ja richtig gut aufgestellt. Und das sind ja zwei Modelle, die relativ weit vorne sind oder nicht, zu sagen ganz vorne zum Beispiel. Absolut, weil viele ziehen sich zurück aus dem Kleinwagenbereich und es ist eine zusätzliche Chance dann für Stellantis da zu punkten. VW tut sich da schwer, die Japaner tun sich zum Teil schwer, die anderen Europäer wie Renault tun sich da schwer, weil die Margen dort sehr, sehr dünn sind. Aber Stellantis kann aus dem Vollen schöpfen mit seinen vielen Marken in Europa, mit den Kleinwagen. Also wir glauben, das ist ein zusätzlicher Punkt, Pluspunkt für Stellantis. Gucken wir mal von den Kleinwagen zu den etwas Größeren und zum größten US-Autobauer, nämlich General Motors. General Motors konnte in jüngster Zeit zumindest wieder dadurch etwas aufholen, dass sie im vergangenen Jahr den Rivalen Toyota als verkaufsstärksten Hersteller abgelöst haben. Ist General Motors da jetzt auf dem richtigen Weg? Es ist vieles gemacht worden, es ist vieles gemacht worden, was gut ist, aber der Markt der USA, der bleibt sehr hart. Das heißt, General Motors hat wirklich mit dünnen Margen zu kämpfen und das Gleiche gilt in China, obwohl man in China sehr, sehr gut ist, als Voda in der VW, in den ganzen Joint Ventures, die man hat. Aber ich glaube, bei General Motors kommt einst zu Elon Musk mit Tesla. Der rollt in den USA jetzt sein Elektromobilitätsgeschäft aus, sein Elektroautogeschäft aus und da hat General Motors viel investiert. Da will man in die Zukunft gehen. Da gibt es staatliche Subventionen von diesem Inflation Reduction Act bis zu 7.500 Euro. Und das wird eher für Elon Musk sprechen. Also von daher nach meiner Einschätzung, man hat sich stabilisiert bei General Motors, aber es wird nicht einfach werden, eher schwieriger. Schauen wir auf den zweiten großen amerikanischen Autohersteller Ford. Ford macht jetzt gerade dadurch auch von sich reden, dass sie zum Beispiel in Europa ab 2030 nur noch Elektroautos herstellen will und sozusagen, das ist so ein kleiner Beigeschmack davon, das Werk in Zalu steht zur Disposition, wird vielleicht, so gibt es derzeit Gerüchte an BYD verkauft. Wie ist denn Ford eigentlich aufgestellt? Ich glaube Ford ist in dem Umfeld, was wir eben genannt hatten, mit Tesla, Stellantis, General Motors, wirklich der Schwächste. Das Europageschäft tut sich sehr, sehr schwer. Man baut ab, baut ab und baut ab, hat aber keine richtige Vorgabe, kein richtiges Ziel. Man will in der Zukunft die Fahrzeuge aus den USA nach Europa bringen, aber das wird nicht viel bringen, weil der Markt unterschiedlich ist. In China hat man Verluste erzeugt und ist schwach in China gegenüber. Zum Beispiel General Motors. Und in Amerika hat man diese F-Series, also diese Pickups. Das ist der einzige Punkt, bei dem man gut ist. Bei den anderen wird Ford sehr schwierig sein. Also wir glauben, dass Ford in den nächsten Jahren eher underperformt. Ja, nicht leicht hat es derzeit auch der amerikanische Elektroautohersteller Rivian. Rivian hatte Lieferkettenprobleme, musste das Werk in Illinois für 20 Tage komplett schließen und die für das vergangene Jahr prognostizierte Zahl der hergestellten Autos wurde reduziert von 50 auf 25.000. Und wenn man sich den Chart anguckt, wir waren mal bei 150, jetzt sind wir bei 30, 40 in dem Dreh. Kein leichtes Jahr und schwierige Aussichten für Rivian. Also ich glaube, Rivian ist derjenige, der unter denen, die wir gerade besprochen haben, wirklich am schwächsten da ist. Es ist ein Start-up, aber er ist ein Late-Start-up, weil das, was er in den Markt bringt, ist von Tesla schon ausgerollt. Er hat Schwierigkeiten, seine Produkte wirklich so zu lancieren, wie es angekündigt ist. Er wird Schwierigkeiten haben, operatives Ergebnis zu erzeugen, was interessant ist, mit dem Wettbewerb, den er jetzt mit Tesla hat. Tesla rollt seine Skaleneffekte aus und wird sehr hart im Markt kämpfen. Und da ist wenig Platz für Rivian. Also ich glaube, Rivian ist derjenige unter der Gruppe, die besprochen worden sind, die wirklich am schwächsten ist und wo man sich am ehesten, nach meiner Einschätzung, zurückhalten sollte. Ja, da finde ich es spannend, wie Sie jetzt das zweite Elektroauto-Start-up aus den USA einschätzen, Lucid. Lucid wurde ja sozusagen oft als Tesla-Killer bezeichnet, was sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass Peter Rawlson, der CEO von Lucid, ja, der ist ja auch Chief Technical Officer. Wie ist denn eigentlich Lucid aufgestellt? Kann ich im Vergleich zu Rivian? Also ich glaube, Lucid und Rivian, die tun sich nicht viel gegeneinander in der Einschätzung, die man so hat. Man kommt in den Markt, man kommt relativ spät in den Markt. Die Innovationsthemen, die hat Tesla alle abgeräumt, schon für sich genommen. Und jetzt muss man schauen, dass man diesem Markt, der da kommt, hinterherlauft mit einem unendlich starken Wettbewerber. Von daher glaube ich auch, da sind die Themen eher schwieriger. Wenn man jetzt in dieser Reihe der Start-ups sich die Sache anschaut, wir glauben, dass da Nikola am ehesten eine Chance hat, weil man rein im Nutzfahrzeugbereich ist, weil man rein in den Wasserstoff geht. Das ist ein anderes Thema. Dieser Markt ist noch nicht verteilt. Dort sieht es anders aus, als jetzt bei Lucid oder Rivian. Wenn wir jetzt mal die ganzen Automobilhersteller, über die wir gesprochen haben, nehmen, auch aus der vergangenen Sendung. Was sind denn für Sie eigentlich die Top 3 Autowerte, die wirklich sich optimal für die Zukunft aufgestellt haben? Also Porsche funktioniert gut. Ich glaube, dass man da im VW-Konzert die richtigen Weichen stellt. Nach meiner Einschätzung ist auch BMW gut unterwegs, nachdem man sich jetzt für diese neue Klasse entschieden hat, ins Elektroauto zu gehen. Das sind stabile Werte und ganz klar, Tesla ist immer mit dabei. Porsche, BMW und Tesla, das sind die drei Favoriten von Professor Ferdinand Dudenhöfer, mit dem ich gesprochen habe über die Autowerte, wer da relativ gut aufgestellt ist für die Zukunft. Und wir haben dabei heute über die Werte gesprochen, die ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vorgeschlagen habt. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, immer gerne in die Kommentare. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Dudenhöfer. Vielen Dank, Tschüss.